Grüß Gott, wieder richtig in Burgperrenheim? Ach, Gott aller Mensch, jetzt bin ich bin total fertig, ne? Fertig wie ein Bäckler Rezi, ne? Rezi, Rezi fett, die gibt's schon lange mehr, naja, die Nummer ist ja eine alte Nostalgie-Nummer, ne? Ja, jedenfalls klingelt das Telefon, ne? Ich lieg in meiner Bubenkiste daheim, ne? Ist der Kasperl das Modro, ne? Sagt der Horcher, mein Musikant, wir haben dich vergessen. Sag ich, ja, das hab ich auch schon gemerkt. Was soll ich denn machen, ne? Ja, du musst davon kommen, sag ich, ja, soll ich mich auf die Motorsee hucken, oder was? Sagt der, ja, genau das machst, leg ich da auf, ne? Ja, dann hab ich's gemacht, oh weh, oh weh, oh weh, jetzt bin ich da. Soll ich ein paar Körpers Lied da runterbrellen, ne? Ob ihr das versteht, weiß ich nicht, ne? Weil ich bin von Ekel auf Star, ne? In Ekel auf Star, da spricht man schon ein wenig anders, ne? Und in Ha-Hu-A, ne? Schaut mal, ob ihr das versteht, ob ihr echte Franken seid, ne? Ja, dann hab ich das gesehen, ne? Drumei, Herr Bogen, knatscht der Bred, wenn's denn nicht zur Knatsse geht, lass die Knisten sein, hau mir eure Nugeln rein! Ja, hu! Ja, ich verstanden? Drumei, Herr Bogen, knatscht der Bred, wenn's denn nicht zur Knatsse geht, lass die Knisten in Knastse sein, hau mir eure Nugeln rein! Das sind brutale Liedle, ne? Hör ich gar nicht das? Iben steh ich, iben steh ich, man lag wieder hin von mein Husendiller weg, sonst hau oder hau ich, hupstereih, hupstereih, hupstereih Also mich Kuni, was machst du denn du noch? Geht ja klotzt, dann dreht sich den Klubser raus. Wieso? Ja wieso, weiß ich auch nicht. Kommst du denn da her? Ich wo hinten drauf guckt, auf dem Motor seh ich, gell? Das hättest du nicht dachten, aber das hättest du nicht dacht. Was machst du denn da schon wieder? Spielen? Ja spielen, 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 du sollst haben. Was erbeten? Die Pottacken müssen raus. Ätzeler? Da freilich. Bin doch da wie hier meine Kerl, was Liedle. Das sind doch lauter Intellektuelle. Hör ich. Mit solchen Liedle, da tust du keine hinterm Ofen mehr herlocken. Da musst du ja was gescheites spielen. Ja was denn? Was Internationales. Oh, da hab ich eins. Die Frau, meine Frau, sind zwei schöne Rosen, da ohne haut wie Rami rum, meiner mit Franzosen. Fällt dir das nicht? Was politisches einmal zum Abwechslung? Hast du nichts politisches drauf? Was soll ich denn alles machen mit dem Kerl, was Liedle? Mit dem Kerl, was Liedle kann man alles machen? Soll ich Liedle über den 11. September machen oder wie stellst du denn das vor? Na. Ein wenig aktueller. Aber meinetwegen was von der Armee. Von dem Pott war ne Gesicht von dem Neue. Ja, von dem kanns was spielen. Von Donald, die Trompeten, die, die wo sie zerrissen hat, in seiner Fernsehshow, selbst demontiert. Horch. Da lachen die Leid. Wie mir bloß spielen, spinn, 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 spinn. Lieber sein Leben, verspielen jetzt für Herbert. Bevor ich ihn geheiert hab, hab ich die Leute gefragt. Kennt ihr den Herbert? Halt auf mit den alten Geschichten, sei leis. Haben sie aber gegrinst, haben sie gesagt, ja freilich den Herbert kommen wir. Wieso, was ist denn mit dem? Sag ich, kann man den Heiern heiraten? Haben sie nun mehr gegrinst? Haben sie gesagt, ja, ja, das kannst du schon machen. Der macht dir kein Herbert. Und dann hab ich geheiratet, hab ich gewusst wie das gemeint war. Halt auf. Kein Herbert macht er freilich nicht. Der macht ja kein Herbert. Der macht sich kein Herbert. Nie macht er kein Herbert. Geh auch noch macht er kein Herbert. Bloß spielen. Lieber sein Leben verspielen als vererbert, ja. Man sie, ich hab nicht kein Liedler gesungen. Hör ich, ich war die Betzenkönigin. Was? Du, hast raus getanzt und gesungen. Hopp, singe ans. Du musst aber spielen. Die Melodie zur Fuhrmannskundel. Oder heute Fuhrmannskundel. Oder heute Fuhrmannskundel liegst im Bett, Ostensio. Zeig mir mal, der Lichtmaschiner schließen mein Dinamo. Oder kennst du das? Der herbert macht die Erben net. 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 Die Erbe macht die Herbe net, 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 der macht sie net, der macht sie net, der macht sie net. Mensch, Kuni, bist du wieder Brotowelheit? Was? Haußt mein Rund wie nicht eine Grüne, vor ins Leben nie mehr, hä? Nein. Aber du bist Brotowel, warum nicht? Weißt du, schick Spinnstust. Ach, bist du Brotowelheit wieder? Das gefällt dir doch. Ja, so ist das. Der Puppenspieler hat seine Puppen immer als Schutz um sich herum. Da kann ja niemand was haben. In der nächsten Nummer, da sehen Sie Ihr ungeschütztes Spiel. Viel Vergnügen.